Hey Leute, ich bin Nino, Praktikant bei der Computerspielschule und ich erzähle euch, was ich in letzter Zeit so gemacht habe. Ja, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Corona relativ scheiße ist und unseren Alltag ziemlich beeinträchtigt hat. Wenn ich also nicht damit beschäftigt bin, dass ich 10.000 Pflanzen auf meinem Ballkorb pflanze oder random irgendwelches Zeug zusammenbaue, dann bin ich damit beschäftigt, dass ich Videos zusammenschneide, die Spielkonzepte erklären, die im Unterricht benutzt werden können. Heißt, verschiedene Spiele wie z.B. Assassin's Creed können benutzt werden, um geschichtliche Fakten zu erzählen, z.B. die Boston Tea Party. Oder ich überlege mir, wie ich mit der App Poo Kindern Medienkompetenz beibringen kann. Unabhängig davon mache ich auch Videokonzepte für die verschiedenen Sachen, die wir im Makerspace haben, einfach damit genau Videos zur Verfügung stehen, wenn man Fragen hat, z.B. dazu, wie man eine Heißklebepistole benutzt oder wie man einen Lasercutter benutzt. Genau, und jetzt muss ich meine 50 Pflanzen gießen gehen, denn es dauert jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde und da man eh nirgendwo hingehen kann, ist das jetzt das Highlight meines Tages. Sie fragen, wie Sie sind, und Sie sagen, wie Sie sind, wenn Sie nicht wirklich sind.